Hallo ich bin Amir. Hallo ich bin Said. Ich bin ein neuer Nachbar. Oh, woher kommst du Amir? Ich komme aus Afghanistan. Oh herzlich willkommen. Hallo Jungs. Hi Roham, das ist Amir, der neue Nachbar. Hi Amir, schön dich zu sehen. Vielen Dank. Hey Jungs, was ist los hier? Hi Farid, wir haben einen neuen Nachbarn, Amir. Hallo Amir, herzlich willkommen. Danke. Jungs, ich habe eine Idee. Sollen wir morgen ein Straßenfest machen? Oh, eine gute Idee. Amir, kommst du auch mit? Ja, natürlich. Warum nicht? Gerne. Gut, dann machen wir ein Grillfest. Ich bringe Getränk. Ich mache einen Salat. Ich helfe auf Räumen. Bis morgen Jungs. Guten Morgen. Was machst du Roham? Ich trinke Alkohol. Bitte trinke nicht so viel. Hey, pass auf. Was denn? Sag bitte Entschuldigung. Hahaha, fertig. Was hast du gesagt? Was ist los Roham? Er hat mich beleidigt. Entschuldigung. Er hat zu viel Alkohol getrunken. Alles gut, kein Problem. Kommen Sie aus Hamburg? Ja, ich komme aus Hamburg. Ich habe Fußball geguckt. Was hast du gesagt? Wer da 1 Hamburg 0? Ha, 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 ha. Ich habe Fußball. Ich habe Fußball. Ich habe Fußball. Ich habe Fußball.